Ey yo, Kiddy, ist das wirklich ernsthaft gemeint? Mast ja auf Überkreis noch ferner am Wein Dude ist das, der seinen Namen falsch schreibt Und nennst dich selber Kiddy, der gerade verscheißt Kiddy, ich ficke dich, dein Style nimmer fällt Weil du nebenbei auch noch so einschläfernd rappst Ich schrage deine winzig kleine Schädel ein Was mir Pädagoge eine der Regeln bleibt Kommt in das von Gott beschützte Edelweiß Und damit ist dein beschissenes Garten Eden Reinschlag in den Sack für den Kack Was du machst, spuck das Maschlein an Danke, dass du warst mal da Zugegeben, du hast das Wort Standard erfunden Und das Beste deiner Quali war 56 Sekunden Doch ich werde dir beweisen, dass du verlierst Zeig beim Erteilen dieses Klassieren Das Kiddy wird hart in das dritte Loch gefickt Schuss in den Kopf geschickt und Knochen bricht Da war es das für ihn in diesem Internet Geht ja für manche Eltern als ein Kinderschreck Das Kiddy wird hart in das dritte Loch gefickt Schuss in den Kopf geschickt und Knochen bricht Da war es das für ihn in diesem Internet Geht ja für manche Eltern als ein Kinderschreck Kiddy, dein Name passt perfekt Denn man kann an deinen Lines und deiner Hand Dein Alter rechnen richtig Der einzige Red, denn im Video like Bist du selbst, selft es mehr nicht Mit solcher Sorte Diss, wenn mein Schwanz so groß ist Dass ich in ne Socke wichse Und du musst immer in der Hocke pissen So bei deiner Autorisse Und dir selbst an Autospritzen Keine Ahnung, warum du auf einmal betteln willst Ich weiß, weil es deine Kugel Eis nach Essen gibt Du bist der, der Bad Reptisch auf die Fresse kriegt Du hast ohne Clou, vergessen sie Versuch doch noch zu kontern Du kannst nicht verpfeifen Nein, du hast keine schlechten Reime Du hast gar keine Komm mir nicht mal Flurtechnik Oder du magst mich Denn was hast du? Du hast absolut gar nichts Das Kiddy wird hart in das dritte Loch Befixschuss in den Korb geschickt Und Knochenrichter, was fiel in diesem Internet Geht dir von meinen vier Eltern als der Kinderschreck Das Kiddy wird hart in das dritte Loch Befixschuss in den Korb geschickt Und Knochenrichter, was fiel in diesem Internet Geht dir von meinen vier Eltern als der Kinderschreck Auf Wiedersehen! Bis zum nächsten Mal.